Zur Unterstützung von Sozialunternehmen kann eine Gesamtsoftware-Lösung helfen. Für einen Hauswirtschaftsdienst muss Frau Meier Abrechnungen schreiben. Frau Meier ist tagelang damit beschäftigt. Lieber würde sie Menschen helfen. Frau Peter organisiert alles rund um den Hausnotruf. Bei den vielen Geräten und Listen verliert sie schnell den Überblick. Thomas träumt von einer Online-Plattform für Erste Hilfe, die die manuelle Arbeit rund um die Kurse reduziert. Der Leiter eines Jugendheims, Herr Müller, organisiert die Betreuung der Jugendlichen und hält Kontakt mit Jugendämtern. Er muss viel dokumentieren. Lieber würde er diese Zeit den Jugendlichen widmen. In der Inklusionsarbeit koordiniert Frau Breuer die Arbeitseinsätze der Mitarbeiter bei den Kindern. Mit einer Software, die zwischen Mitarbeitern und Kindern vermittelt, könnte sie allen Familien viel schneller helfen. CuraCut als Gesamtlösung hilft Menschen wie Frau Meier, Frau Peter, Thomas, Herrn Müller und Frau Breuer. CuraCut ist eine einfach und intuitiv zu bedienende Software. Mit ihr haben sie alle Belange ihrer sozialen Einrichtung im Griff. Frau Meier sieht mit CuraCut sofort, wer, wie lange und wo gearbeitet hat. Frau Peter sieht, wer welches Gerät nutzt, sowie Termine für Wartungen. Durch To-Do-Listen und Telefonnotizen wird die Arbeit von allen transparent und übersichtlich. Durch Gesprächsnotizen, vordefinierte Berichte und digitale Akten wird die Arbeit in der Inklusion und Jugendhilfe viel leichter. Die Kinder können in der barrierefreien App CuraCut Connect selbst ihren Alltag mitgestalten. Das Customer Relationship Management von CuraCut ist einfach zu bedienen und übersichtlich. So bleibt mehr Zeit für den persönlichen Kontakt. CuraCut verbindet soziale Dienste, Kreisverbände, Jugendhilfe und Jugendamt. Das funktioniert erfolgreich deutschlandweit. Alle Beteiligten profitieren davon. Durch CuraCut gewinnt der Mensch. Das ist ganz im Sinne aller sozialen Institutionen und der Menschen, die für sie arbeiten.